Peter Jahnstraße, Susanna Eisley, hallo? Hallo? Oh! Ja? Wo finde ich jetzt was? Nee. Oh nein. Oh, okay. Rosi, danke, danke schön. Bis dann, tschüss. Ja, was ist? Was gibt's? Rosi, der Gemeinderat hat alle Vereine und alle übrigen Vereine, Kindergarten und sonstige jetzt nominiert, um noch bei der Masken-Challenge mitzumachen. Ach du meinig. Wir können also auch noch mal. Das ist gut. Ja, ich sag mal. Da wäre doch was drauf. Ja, wir werden doch was drauf. Ja, aber bei den Kolleginnen sage ich denen Bescheid. Genau. Das ist doch jede Nummer, das ist ein Kollege, dann finden wir doch was tolles Bisschen. So, machen wir das. Liebe Kolleginnen, wir sind noch hier bei der Maske-Challenge mitzumachen. Yeah! Und wir haben also ein paar Ideen, wir hätten schon mal das Logo von der Stadt. Und jetzt, glaube ich, euren Partnern und eure Ideen. Und was können wir noch mal zu uns vorangehen? Weil wir dazu beitragen, das ist eine richtig coole, sinnvolle Maske. Hallo! Die Maske der Kita ja noch mal.